So, hallo. So, hallo und herzlich willkommen. Surysh. By the Minecraft. By Minecraft, yay. Genau, scheiße, hab ich ganz vergessen nachzuschauen. Mann, ich bin so dumm. Warte mal. Gedankenblitz. Wie war denn das? Hier, warte, war das nicht. So ist es aber doch schon richtig. Keine Ahnung. Ich bin halt voll verpeilt, obwohl ich könnte jetzt, könnte ich eben schnell nochmal nachschauen. Wie ist es, wie ist es, jetzt lag es sowieso, dann mach mal hier ganz kurz. So, vielleicht zum Anfang gleich nochmal einen Cut und dann, ja, bis gleich. So, ich hab's jetzt gerade eben angeschaut. Müsste jetzt den Fehler gefunden haben. So, das heißt, ich brauch noch genau zwei Redstone-Torches. Warte mal, hab ich jetzt zu wenig Redstone? Warte mal. Gott, einfach nur hier nochmal alles weg. So, das. Hier, das habe ich Fail gemacht. Denn das, ach du Scheiße. Normalerweise sollte das Ganze hier tiefer gelegt sein. So war das, zumindest. Mh, ja. Warte mal, wie war denn das? Ich hab das hier jetzt so nebenbei noch... Offen. Er gibt grad leicht wenig Sinn in meinen Augen. Keine Ahnung. Also, Dithubby. Dann geht's hier runter. Hier, hier. Ach so, deswegen hat's so gelogget. Mein VM-Programm schon wieder. Ha, hab ich's jetzt. Sag ihr, dass ich's jetzt habe. So, klappt's vielleicht jetzt? Also, wenn's... Jetzt klappt, dann bin ich schon mal froh. Hä, warum? Was? Äh. Nee, du. Jetzt hab ich noch einen größeren Fail reingebracht. Warte mal. So, warte mal. Das hier ist in dem Video tiefer gelegt. Keine Ahnung, warum. Dann machen wir's halt auch einfach mal. Vielleicht gibt's sonst ein Störsignal. Keine Ahnung. Ja, hä? Warte mal. Ach so, ich hab den Sound off. Ja, so ein bisschen Sound. Ja, so. Lass mal erst mal. Ähm. Ja, nee, du. Wer... Hier... Okay, also, warte mal. Also, in dem Video ist es... ist der Block auch noch, aber... das wird doch nichts Großartiges ändern. So, soweit. Hier noch irgendwas? Na. So, so sieht man das gut. Normalerweise sollte es hier jetzt aber schon automatisch aus sein. Und das sollte an sein. Ah, jetzt, jetzt wär's. Hä, hab ich da wiederum was... was Falsches? Ähm... Ja, also... Ja. Komm, wo ist denn hier der Abschnitt? Wo man's sieht? Hier. Ja, nee. Irgendwas läuft gerade falsch. Also, irgendwie läuft hier gerade was falsch. Wieso? Weil sie auch nicht so ganz... Muss ich das vielleicht auf die andere Seite bauen? Das wär möglich. Äh, keine Ahnung. Wenn ihr Redstone-Profis seid oder irgendjemand guten mit... äh, jemanden kennt, der sich... gut mit Redstone auskennt, dann, äh... ist das... Euro oder... von dem... Oh, kacke. Die Chance. Achso, da hab ich ne Fackel hin. Hoppala. Ja, toll, jetzt... bin ich hier wieder eingegraben. Ähm... Denk, denk, denk. Denk, 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 denk. Ach du, ich hab ja immer noch die Musik aus. Fällt mir gerade so auf. Aber auch nur so gerade so. Äh, da kann ich jetzt... Momentan... ist halt das Blöde hier mit dem Sand. Ich glaub, ich mach mir jetzt einfach hier... mach ich... Äh, mach ich, mach ich, weiß ich nicht. Mach mal zumindest mal hier. Und dann darum... eine... Steinverkleidung... Ähm... Ups. Es muss hier vorerst nochmal da sein. Achso, jetzt weiß ich, warum der Knopf auch nicht funktioniert. Aber funktioniert das hier? Ne, also, da müsst ihr mir unbedingt nochmal schreiben... wie das funzen soll. Und... Ja, ansonsten... Ich bin dafür zu blöd. Hier kann ich aber Sand drauf tun, oder? Jupp. Juppeidi hier und juppeida. Tralalalalala. So, dann hätten wir das jetzt erstmal... Ach, und da sind auch schon wieder Bäumchen. Ich weiß schon, ich hab irgendwie jetzt... Ach, kacke, Musik. Und Action. So, jetzt können wir wieder... Hier und so... Ne? Hm, 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 hm. Keine Ahnung, was darum jetzt so lustig war. Ähm... Thema, Thema, Thema. Hatte ich das nicht schon letztes Mal angesprochen? Genau. Äh, was ich... Äh, erwähnen wollte, war... Podcast. Podcast wird kommen. Äh, wenn ich's hinkrieg, wird es vielleicht sogar ein monatlicher Podcast... Podcast. Gott, ey. Zu blöd. Für die Aussprache. Das... Aber nicht. Das Original. Jetzt. Für nur 2,99. Ich hab mich gerade zum Verkauf angeboten. Mann, bin ich schlau. Ähm... Ja, das wird gerade ein richtig, äh, Scheiß-Part. Das merkt ihr ja schon. An meiner... Intellektualität. Mhm. Ähm... Stimmt, ich wollte was brennen. Wo ist das? Ich wollte Glas brennen, oder? Wollte ich? Keine Ahnung. Mach mal einfach mal. Hauen wir's rein. Dann haben wir alle das, was wir wollen. Dann sind wir auch zufrieden, oder? So, ähm... Nee, du. Geht jetzt nicht schon wieder runter. Stimmt. Ah... Ach, du. Stimmt. Wie viele? Ach. Nur 2. Wo? Ja. Also, auf jeden Fall hier. Deswegen, schreibt's mir, wenn ihr irgendeine Lösung wisst. Oder irgendeinen Kumpel habt, oder so. Ich... Stimmt. Allerdings... Ja, nee. Außer, äh, äh, dann hab ich noch einen anderen Vorschlag. Hab ich das nicht schon mal gehabt? Keine Ahnung. Ähm... Oder ich hab einen Vorschlag, ihr kennt ja den aus dem LPT. Äh, einer von denen, der eigentlich jetzt bei fast jeder Session dabei war, auf dessen Survey wir halt spielen. Ähm... Der, äh... Bei dem... Also, mit ihm werde ich das vielleicht machen, wenn's klappt, weil er hat richtig gute Kenntnisse in Redstone-Dingen. Ah, ich kann's klappen. Streitachs zöcken, auch wenn sie keine Streitachs ist. Und...